Hallo, ich bin's wieder, Gabi, fast mal heute zu unserem Tag 14. Gestern hatten wir ein ziemlich anstrengendes Ausgauertraining, deswegen darfst du heute einfach nur mal entspannen, dich ein bisschen stretchen, tief durchatmen und uns dir einfach mal richtig gut gehen lassen. Viel Spaß! Stell dir zuerst mal aufrecht hin auf deine Matte, schließt rück deine Füße, nehmt dein Brustbein, du darfst ruhig erstmal in dich hineinspüren, deinen Atem spüren, lass deine Arme einfach hängen, wenn du das Gefühl hast, dir ist es jetzt zu wackelig, öppne uns ein bisschen deine Füße, beruhig auch mal deine Augen kurz schließen und deinen Atem spüren. Atme tief durch die Nase ein, versuch durch den Mund wieder auszuatmen. Spür deine Haltung und versuch wirklich mit jedem Ausatmen so ein bisschen ruhiger und entspannter zu werden. Versuch nach jedem Ausatmen so eine kleine Atempause zu machen und versuch beim Ausatmen Rücken bis 3 zu zählen. Langsam. Eins, zwei, drei, fünf. Nächsten Ausatmen, öffnest du nochmal deine Augen und deine Hände vor deinem Brustbein zusammen, deine Daumen Richtung Brustbein zeigen lassen. Atme ein, nimm deine Arme nach oben, streck dich ganz lang. Nochmal aus und führ deine Arme über die Seite, wieder tief. Deine Hände schließen, einatmen, mach dich richtig lang. Atme aus und lass deine Arme nochmal fallen. Tief einatmen, tief einatmen und aus. Und letztes Mal tief einatmen und mit dem Ausatmen zu deinem Oberkörper jetzt nach vorne, gerade rück. Beug gerne deine Knie, wenn du möchtest, wenn deine Hände zum Boden, dein Kopf hängt. Wenn du möchtest, beugst du die Knie bis die Hände unten zwingen. Atme einatmen, dann beugen wir alle nochmal die Knie. Nehmen die Arme zur Seite und komm mit nach oben zur Decke. Atme aus. Nochmal einatmen, mach dich viel lang. Atme aus, komm tief. Kopf locker. Atme ein, beug deine Knie. Übe die Seite. Nochmal lang und strecken. Atme und aus. Sehr schön. Du machst dir ruhig einfach, indem du wirklich deine Knie hier unten beugst, die Hände auf alle Fälle auf den Boden nimmst. Nochmal ein, gerade rücken. Übe die Seite nach oben ziehen. Noch einmal. Jetzt brauchst du so ein bisschen Platz nach hinten. Das heißt, du kannst auch einen Schritt nach vorne gehen. Atme aus. Flachen einatmen. Nimm jetzt ein rechtes Bein zurück. Mach einen großen Schritt. Dann stütze deine Hände vorne auf. Komm dann nochmal nach vorne. Atme aus. Atme ein. Mach dich lang. Und atme aus. Atme ein. Ausatmen tief. Bein flachen. Ein linkes Bein nach hinten. Weit zurück schieben. Und nochmal raus. Ausatmen tief. Und ein. Und ausatmen. Nochmal ein. Ausatmen tief. Ausatmen tief. Rechtes Bein zurück. Hier bleiben. Atme ein. Schieb dich hier nach oben. Mach dich lang. Bleib ein paar Atemzüge hier. In der Position. Und noch einmal tief. Bein nach vorne. Beug deine Knie. Und schieb dich nach oben. Aus. Nochmal. In die Boden. Ein linkes Bein zurück. Großer Schritt. Löst deine Arme. Bleib nochmal hier. Zieh deine Schultern so richtig tief. Atemzüge. Atemzüge bleiben. Und nimmst du deine Arme nach oben tief. Und kommst zurück mit dem rechten Lein. Gerne. Wenn du möchtest deine Knie beugen. Den Steinsbein nach oben. Und du möchtest deine Knie beugen. Und du möchtest deine Knie strecken. Genau. Jetzt folge. Und streck dein rechtes und linkes Knie. Im Wechsel. Trete. Am Boden. Genieß die Dehnung. Schieb nochmal bei den Fersen tief. Komm auf die Fußspitzen. In dein rechtes Bein. Zieh es mit nach vorne. Zwischen deine Hände. Und setz dich tief. Gut. Jetzt öffne mit dem Einrücken. Den rechten Arm. Und schieb dich mal weit nach oben. Zieh dich raus aus der Schulter. Schieb die hinteren Fersen nach hinten raus. Veratmen. Züge hier bleiben. Wenn es dir zu viel ist, setz dein hinteres Knie einfach nach unten ab. Ist okay. Atme aus. Löse den Arm. Komm mit dem rechten Bein zurück. Und schieb nochmal beide Fersen Richtung Boden. Dann atme ein. Hebe deine Fersen. Dein linkes Bein anrufen. Nach vorne durchziehen. Ausatmen. Dein linker Arm. Schieb nach oben. Du bleibst hier wieder ein paar Atemzüge. Röchte Ferse nach hinten rausschieben. Lass den Atem fließen. Genieß die Dehnung. Den Bauchmuskeln, Rückenmuskeln. Atme aus. Nimm die Hand noch mal tief. Schimm dein Bein zurück. Schieb dich nochmal hier. Den Fersen so tief wie möglich. Beutel deine Knie. Und schieb dich weit nach hinten. Richtung Ferse. Deine Arme ganz lang nach vorne ziehen. Spüre dich die Dehnung in deinen Rückenmuskeln. noch einmal nach vorne. Komm mit dem Einladen. Nimm jetzt deine Beine weiter vor. Entweder du kommst jetzt über die Seite und setz dich auf. Oder so, jetzt kommt wieder eine Hausaufgabe. Nimm deine Hände neben deine Knie. Kreuz die Füße. Und versuch mal, die Beine hier durchzuziehen. Du kannst auch gerne, zeigst dir nochmal, von hinten einfach deine Beine anbeugen und dich absetzen. Wie du möchtest. Oberstelle fassen und langsam tief rollen. Nach unten. Sehr gut. Bleib einfach hier liegen. Schieb dein Becken Richtung Deckel. Spür, wie dein Beckenboden sich entspannt. Und wenn du hier deine Vorderseite schön aufdehnen kannst. Deine Bauchmuskulatur. Genau. Deine Arme schieb so richtig weit nach unten. Und jetzt versuch mal, euch deine Schultern so ein bisschen zurückzuziehen. Den Brustbein zu heben. Und den Atem fließen lassen. Dein Nacken sollte entspannt sein. Mit dem Ausatmen. Wieder Wirbel für Wirbel. Tief rollen. Und rechts Bein komplett über links. Die Arme zur Seite. Und jetzt lässt du die Knie nach links kippen. Dein Kopf schaut nach rechts. Und du gehst so weit, wie es für dich angenehm ist. Du eine angenehm Dehnung spürst. Dehnung im Po. Dehnung im Rücken. Vorsichtig wieder zurückdrücken. Die Seite wechseln. Links kreuzt. Und langsam auf die rechte Seite. Kopf zur Gegenseite. Und geh so weit, wie es für dich angenehm ist. Und kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. ziehst deine Knie zu dir ran. Mach dich ganz klein. Unterschenkel fassen. Und jetzt lege noch mal dein Becken an und löse es. Und es lockern. Jetzt wieder lockern. Am Boden dein Becken. Fersen schieben zur Decke. Versuch jetzt mal deine Knie in die Streckung zu bringen. Nimm mit den Händen deine Unterschenkel. Und versuch hier deine Fußspitzen Richtung Stirn zu ziehen. Dein Kind so ein bisschen ans Brustbein. Und jetzt spürst du die Dehnung der ganzen Rückseite. Hier bis rauf zum Kopf. Mit dem Ausatmen du kommst entweder über die Seite zum Sitz oder zieh dich mit dem Bein nach oben. Bleib noch mal sitzen. Bist entspannt. Schultern locker lassen. Setz dich so hin, wie es für dich gemütlich ist. Lass dein Becken noch mal nach hinten kippen. Richte den noch mal auf. Noch einmal so richtig entspannen fallen lassen. Und aufrichten. Bleib hier sitzen. Nimm deinen linken Arm zu deinem rechten Knie. Genau. Deine rechte Hand stützt du hinten auf den Boden auf. Und jetzt versuch dich noch mal so beigürgig hier zurückzuziehen. Dehne deine Rücken- und Bauchmuskeln. Lass sie dann locker und wechsel die Seite. Spüre nun mal den Unterschied. Zieh dich zurück. Richte dich auf. Und dann und komm langsam wieder nach vorne. Lüß. Locker aus. Atmen ein. Mach dich lang. Streck dich. Und noch mal deine Hände fassen. Blätterung zu gerund werden. Arme noch mal zur Seite. Die Ellbogen zurückziehen. Und übereinhalten. Und mit dem Ausatmen deine Arme fallen lassen. Genieß den heutigen Tag noch entspann dich. Dass du dir so richtig voller Energie in den morgigen Tag gehen kannst. Bis morgen. auf bitte nach. 废 Merlin.